Hallo Herzlich Willkommen zu meinem ersten richtigen Projekt hier auf LifeGamers es ist ja das Spiel eigentlich ähm Elswert wie es richtig weißt ja das Spiel ist wahrscheinlich nur in 27p das kann daran liegen das ist ein kleines Fenster so was nicht erfolgen wird man kann naja wir machen einen neuen Charakter wir können zum Beispiel anbietest spielen 13 Jahre alt interessant 15,24 keine Ahnung und 13 wer bei dem wissen 24 ist ein Nickname LifeGamers ok ok das Spiel ist ich hab's in den Lutern gespielt das ist ziemlich krass It was one, the captain of the crow mercenary knights about to protect the kingdom of welder and in return they protect me die gibt's bei Google Versace das ist das ist einigermaßen aber ich hab's gewusst versetzen ok lest es euch durch wenn ihr es durchlesen wollt hier ich gebe kurz Zeit dazu so so ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's die ganze Zeit so so wenn ihr das lesen wollt ihr müsst es einfach durchlesen jetzt könnt ihr aufklicken einmal so, ja ich kann es mit dem Fall das spielen is this the room place where it's hidden piece of cake wow perfekt so, ich kann mich hier bewegen das hat man eben nicht verstanden, dass man z drücken soll steht da ja aber wenn ich z drücke dann komme ich in dieses community menü deswegen war ich etwas verrückt use the skills from A to DC buttons ach so ich kann jetzt aber nur A und S geil, das ist auf jeden Fall schon mal perfekt gewesen es ist ein 2D, also kann sich 2D bewegen glaube ich weil weiter als bisher hab ich nicht gespielt ich hab mir das ja nicht mal mehr durchgelesen eben als ich das angezockt hab ah, wir sprechen mit Hagus das ist ein sehr toller Name der Hagus der ist 2D ne ich kann jetzt mit dem aber reden Chat Chat auch so dass sie so werden so mit Chat oder so das ist doch ein bisschen verpackt mit der Anzeige mit der Levelanzeige auch nicht hier stehen mehrere ineinander einfach mhm und ich sollte in diese Richtung gehen hier das ist auf jeden Fall rot gehalten das Spiel hat einige Frame-Einbrüche aber die nicht haben hier liegen das liegt anscheinend am Spiel oder ich soll hier raus anschauen soll ich hier hin ja, interessant ich kann nur auf diesem Weg gehen ich kann da nicht runter Lake Nova Level 2 bis dann machen wir Platt und er dann mal Arskel und komm, 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 komm so da kriege ich noch Geld dazu mit mir ja das ist eine Banditnauer da genau also wenn ihr sie lesen wollt ihr könnt anhaltig lasst euch genug Zeit probieren wir mal den S-Skill und es ist auch nett, aber der Ass clever Klick Dungeon ja gut, dann klick ich das aber auch ok, ich klick den Start Dungeon ok with one member, how to channel after time ok, dann bin ich allein nützen ok habe ich sie dort gekriegt ok also, ich muss auf den Krieg klicken das ist so etwas unübersichtlich für mich ok ok das ist der Radrim Boss kann ich nicht irgendwie rauskriegen ist ja auch ein bisschen ah gut, dann geht das ok ah mies geil oh ist schon ein Potenzial das Game ok ich sollte nur die Münzen einsammeln ich sollte nur die Münzen einsammeln ja ok, ja das ist eine Karte lecker Farbe geil ok war das jetzt schon der komplette Dungeon? Nee, ne? Ah, jetzt bin ich überreden, hab ich mir das nochmal ausgenommen. Ist einfach halt noch für den Anfang. Ja, perfekt. Turm, 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 ah! Cool. Yes! Ah, 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 ah! Das ist ja so, das ist ja so. Das ist ja so. Ah, okay. Um ins nächste Level zu kommen muss ich diese Dinge zu stellen. Okay, dritter Dunge-Teil. Komm, 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 dritter Dunge-Teil. Ich mache mir schaden durch die Truhe, das ist ganz gut. Und, 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 und. Ach, ne, ich dachte mir, älter, nicht. Sondertag. Ich bin mir, meiner, mir. Die Tür. Ah, der ist weg. Höch. Und, 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 und. Das geht gar nicht gut. Das ist ein Bündel, der in den Dekord, obwohl ich die Ton ausgestellt habe. Das kommt immer aus, oder mehr? Untertitelung des ZDF, 2020 sie erklärt die jährige jährige die jährige Kuhl okay wiederholen soll ich bin da ich bin zurück die ich glaube ich muss im Endeffekt und schon wieder landen ich weiß ja nicht mach ich in der nächsten aufnahme bis gleich